Sir Arthur Kennan Doyle, William K. Stewart Über die Alpen Der Sherlock Holmes Adventskalender Das römische Konklave Gelesen von Gerry Hungbauer Am nächsten Morgen setzten wir unsere Reise abermals zu früher Stunde fort. Vom Bahnhof Innsbruck ging es nun schnurstracks nach Süden in Richtung Bozen. Die Tiroler Gebirgslandschaft bildete nach der Durchfahrt des Bergiseltunnels eine beeindruckende Kulisse. Auch wenn man, wie ich, schon den mächtigen Hindukusch gesehen hatte. Wir konnten von Glück reden, dass wir nicht wie Hannibal mit Elefanten über die Alpen nach Italien ziehen mussten. Doch die kaiserlich-königliche Staatsbahn hatte bei der Überquerung des österreichischen Alpenkampfs ebenfalls einige Mühe. Wenngleich der Zug von einer kräftigen Lokomotive aus britischer Produktion gezogen wurde. Am Brennerpaß hatten wir schließlich den höchsten Punkt erreicht. Etwa 4500 Fuß über Meeresniveau schlängelte sich die Bahnlinie zwischen den Gipfeln hindurch. Auf der Südseite ging es zwar theoretisch wieder bergab, doch in der Realität blieb es ein langsames und vorsichtiges Auf und Ab auf kurvenreicher Strecke, unter Überhängen und Unterführungen, auf Brücken und Viadukten. Ich entschied mich, den Reiseabschnitt damit zu verbringen, alle Eindrücke förmlich aufzusaugen, denn eine Alpenüberquerung macht man nicht jeden Tag. Natürlich hatte ich nicht erwartet, dass Holmes mein Interesse für die Berge der Sturbayern, Sahntaler oder Zillertaler Alpen teilen würde, die links und rechts des von uns durchfahrenden Wipp-Tales aufragten. Zunächst schien es, als sollte ich Recht behalten. Es ist auf den ersten Blick nicht ganz einsichtig, monierte er, was vernünftige Menschen dazu veranlassen kann, in dieser Gegend zunächst Siedlungen zu errichten und dann auch noch aufrecht zu erhalten. Man könnte sich ein einfacheres Leben als jenes im Schatten des Hochgebirges vorstellen. Mir fiel keine besonders gute Rechtfertigung ein, daher erwiderte ich, diese Tiroler sind eben ein widerstandsfähiges Bergvolk aus dem germanischen Stamm der Bajuan. Diese wiederum dürften Nachkommen der alten und wilden Markomannen sein, die in der Antike schon dem römischen Imperium einige Probleme bereitet haben. Es macht ihnen wohl nichts aus, ihre auf abhängigen befindlichen Äcker dem Berg abzutrotzen, ihr Vieh auf Almen zu weiden und im Winter von Schneemassen eingesperrt zu sein. Welch ein romantisches Bild sie da zeichnen, meinte Holmes. Doch es ist von Grund auf falsch. Sie haben vielleicht schon von den aktuell diskutierten neuen Theorien der Plattentektonik gehört. Diese dürfte nach Stand der geologischen Wissenschaft für die Aufhaltung solcher Gebirgsmassen wie der Alpen verantwortlich sein. Das war freilich ein längerer Vorgang, der vor Millionen von Jahren stetig vor sich ging. Wirklich vor Millionen von Jahren, wiederholte ich scherzend? Hören Sie, Holmes, wenn wir in Rom sind, dann behalten Sie dererlei abenteuerliche Hypothesen besser für sich, denn man hat anhand der Bibel präzise errechnet, daß Gottes unveränderliche Schöpfung erst vor wenigen tausend Jahren entstanden ist. Wir wollen doch nicht, daß unser Kardinal Steinhubers Inquisition zur Läuterung vorlädt. Holmes lachte und antwortete, »Ich verspreche, unsere katholischen Gesprächspartner nicht damit zu belästigen. Aber für die Besiedlung des Alpenraumes ist es dennoch von Bedeutung.« »Das müssen Sie noch ein wenig erläutern,« forderte ich, »denn auch im Angesicht der Evolutionstheorie gab es zu diesem Zeitpunkt wohl noch keine Menschen.« »Natürlich nicht,« bestätigte Holmes. Doch entscheidend ist, was nach Millionen von Jahren in den alpinen Bergen zu finden ist. Kopfer, Eisen, Gold, Silber, aber auch Salz. Als dies begann man schon vor 10.000 Jahren abzubauen. Das bedeutet, die Menschen kamen in die Alpen, um die hier lagernden Mineralien und Rohstoffe nutzbar zu machen. Das ist der Hintergrund der Besiedelungsgeschichte. Daher ist der häufigste Familienname in den deutschsprachigen Gebieten Österreichs auch Gruber. Gruber, fragte ich, was soll das bedeuten? Holmes hob den rechten Zeigefinger fast wie ein Schulmeister. Deutsche Nachnamen sind, ganz wie die englischen, oft nach Berufsbezeichnungen entstanden. Dies gilt für Müller oder Miller, Schmid oder Smith. Smith. Gruber bezeichnet ursprünglich einen Bergmann, der in einer Mine einer Grube tätig ist. »Faszinierend«, konstatierte ich halb ernst. »Ich dachte, Sie seien Chemiker. Jetzt sind Sie auch schon Geologe und Namenssetimologe. Alle Achtung! Ich bin vor allem Detektiv«, korrigierte Holmes, »daher ist es meine Aufgabe, geistig rege und aufmerksam zu bleiben, Zusammenhänge herzustellen und Begründungen abzuleiten. Das gilt in der Kriminologie genauso wie bei anderen Wissenschaften.« Der Zug durchfuhr inzwischen das Eisacktal, in dessen Hauptort Brixen ein Aufenthalt geplant war. Es verging Stunde um Stunde und Holmes hatte sich einstweilen eine Ruhephase verordnet. Mit geschlossenen Augen saß er regungslos da, während ich weiter aus dem Fenster blickte. Es gab in den Alpen auch eine interessante Tierwelt zu beobachten. Etwa die erstaunliche Gams, ein Rehwild, das es mit seiner Kletterfähigkeit mit jedem menschlichen Bergsteiger aufnehmen konnte. Schließlich entdeckte ich einen majestätischen Adler, der in einiger Entfernung kreiste und murmelte leise, »Das muss ein Kaiseradler sein.« Ohne aufzublicken oder auch nur die Augen zu öffnen, verbesserte Holmes sofort ein Steinadler-Watson Akila Kyrsiatos. Es war bereits Abend, als wir endlich am Zielbahnhof in Bozen eintrafen. Im Talkessel, in dem diese Kleinstadt liegt, mündet die Eisack südlich des Ortes in die Edge, die schließlich etwas nördlich des Po-Deltas in die Adria fließt. Ich vermiet es gegenüber Holmes, auch noch ein Gespräch über Flußmorphologie zu beginnen, sondern nahm unser Gepäck und Schritt voran auf den Bahnhofsplatz. Als ich dort ankam, mußte ich freilich auf Holmes warten, denn ich wußte nicht, wohin ich mich wenden sollte. »Unsere Unterkunft ist durchaus ein paar Schritte entfernt,« verkündete mein Freund, als er mich eingeholt hatte. »Aber ich denke, das schaffen sie schon.« Nun ging Holmes voran, während ich mit den Koffern folgte. Die in Aussicht gestellten paar Schritte erwiesen sich wenig überraschend als eine gewisse Beschönigung, denn unser Fußweg führte über den ganzen ortseitigen Rand der Altstadt, bis wir nördlich davon die Kirchebener Straße erreichten. Dort befand sich ein schmales, aber vierstöckiges Gasthaus mit einem unaussprechbaren Namen im Tiroler Dialekt, in dem ein Zimmer für uns reserviert war. Nachdem wir unseren Raum in der dritten Etage des Gebäudes bezogen und uns frisch gemacht hatten, begaben wir uns in die ebenerdige Gaststube, um ein Abendmahl einzunehmen. Um ein wenig in die einheimische Kulinarik einzutauchen, bestellte ich Nocken aus Kartoffelteig, die mit Sauerkraut und Speckwürfeln serviert wurden. Holmes hingegen entschied sich für eine umfangreiche Schlachtplatte mit Schweinebauchfleisch, Blut- und Leberwurst und, recht ländlich, wenn ich es so sagen darf, aber eine gewisse Herausforderung für den Magen. Da wir am heutigen Tage ohne dies nichts mehr zu unternehmen hatten, probierte ich mich auch gleich durchs lokale Weinsortiment. Eigentlich hätte man annehmen können, dass hierzulande die Bierbrauerei weiter verbreitet ist, doch der südliche Teil Tirols, wohl unter italienischem Einfluß, ein tadelloses Weinbaugebiet. Daher stand bald jeweils eine Flasche Weißburgunder, Grauburgunder und Gelber Tramina auf dem Tisch. Holmes quidierte diese Tatsache mit einem skeptischen Blick. »Das wollen Sie doch nicht alles trinken«, meinte er vorsichtig. »Nicht trinken«, behauptete ich trotzig, »degustieren. Waren Sie denn noch nie bei einer Weinverkostung?« Mein Freund schüttelte den Kopf und entgegnete, »entweder man trinkt etwas oder nicht. Alles andere ist affektierte Attitüde.« »Ha«, rief ich, »jetzt habe ich sie. Von Önologie haben Sie nämlich keine Ahnung. In diesem Bereich gehen Ihnen die Belehrungen aus.« Holmes griff wort- und wahllos zu einer der Weinflaschen und schenkte sich ein Glas ein. Er hob es recht fachmännisch an, neigte es hin und her, betrachtete den Inhalt. Dann nahm er einen kleinen Schluck und stellte das Glas wieder auf den Tisch. »Und, was sagen Sie?«, fragte ich mit bewusst bohrendem Blick. Für ein paar Sekunden überlegte Holmes, dann lehnte er sich bequem zurück und erklärte, »Pinot Gris, kräftig, säurearm, leichter Apfelton, ein etwas höherer Alkoholgehalt. Die Rebe ist in gewisser Höhenlage gewachsen, ein Südhang. Ich würde meinen, der Wein kommt aus dem Unterfinchgau, im Bereich des Übergangs zum Burggrafenamt, vermutlich von der Töllertalschwelle Oberkante.« Einen Moment lang war ich perplex, um schließlich nachzuhacken. »Können Sie denn den Jahrgang etwa auch festlegen?« Ohne mit der Wimper zu zucken, verkündete Holmes 1899. Es war kaum zu glauben, weswegen ich vermutete, dass mir mein Freund einen Streich spielen wollte und die Informationen vom Etikett abgelesen hatte. Rasch nahm ich die Flasche in die Hand, um diesen Vertrag zu überprüfen, doch die angegebenen Details befanden sich nicht darauf. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu kapitulieren. »Es ist wohl nicht nötig,« stellte ich suggestiv fest, »den Gastwirt herbeizurufen, um die Richtigkeit ihrer Angaben bestätigen zu lassen.« »Sie vertrauen mir nicht,« erwiderte Holmes mit gespielter Enttäuschung. »Doch, leider schon,« antwortete ich, »das ist ja das Problem, also gut. Und wie machen Sie das? Nehmen Sie mit Ihren Geschmacksnerven eine chemische Analyse vor?« Holmes lachte und verneinte kopfschüttelnd. »Nein, mein lieber Watson, wie Sie als Mediziner wissen sollten, ist das unmöglich. Mit einer solchen Fähigkeit wäre man kein Chemiker, sondern ein Zauberer und könnte mit diesem Trick im Zirkus oder auf Jahrmärkten auftreten. Wie ich Ihnen schon darlegte, bin ich jedoch Detektiv. Ich beließ es dabei und widmete mich fürhin wortkarg der quantitativ gewissenhaften Degustation, der Weine während Holmes noch ein Dessert verschlang. Zwei mit Marillenmarmelade gefüllte, in Schmalz herausgebackene und mit Puderzucker bestreute Hefekrapfen, die in dieser Region offenbar eine beliebte Süßspeise darstellen. Es ist geradezu erstaunlich, dass mir in Tirol kein einziger übergewichtiger Einheimischer begegnet ist. Nachdem die erste Weinflasche leer war, verabschiedete sich Holmes, um bei einem Rundgang in der Stadt noch ein wenig frische Luft zu schnappen, obwohl es bereits spät am Abend war. Ich blieb sitzen und als schließlich alle Gäste gegangen waren, nahm der Wirt an meinem Tisch Platz, um noch ein wenig zu plaudern. Er erwies sich als sprachtalentierter, kosmopolitisch geprägter Mann, wie man ihn in einem Alpental nicht unbedingt vermuten würde. Herr Engelbert, so hat er sich vorgestellt, setzte darauf, dass sich Bozen als Luftkurort etablierend und internationale Gäste anziehen würde. Seine Herberge begrüßte schon jetzt regelmäßig angeblich prominente Sommerfrischler aus der österreichischen und bayerischen Künstlerszene, wenngleich mir die von ihm genannten Namen durchwegs unbekannt waren. Freilich interessierte sich der Wirt auch für die Abenteuer des berühmten Detektivs Sherlock Holmes, weswegen ich einige Fälle und Anekdoten schildern, sowie eine Reihe von Fragen über seine einzigartige Arbeitsweise beantworten musste. Schließlich, nachdem auch die zweite und dritte Weinflasche erfolgreich gelehrt waren, brachte mir Herr Engelbert noch ein einheimisches Kartenspiel namens Watten bei. Es wird mit einer eigenartigen Version des Deutschen Blattes gespielt, was mir neben dem fortgesetzten Alkoholkonsum gewisse Schwierigkeiten bereitete. Trotzdem ließ ich mich dazu überreden, um Einsätze zu spielen, denn dies wurde mir als notwendige regionale Usence präsentiert, die unbedingt zu respektieren sei. Um es kurz zu machen, ich verlor mehr Geld beim Kartenspielen, als die Rechnung für Kost und Lusie ausmachte. Während sich die nachgelieferte vierte Weinflasche ebenso dem Ende zuneigte, wie meine finanziellen Reserven, kehrte Holmes von seinem Stadtrundgang zurück. Er befreite mich aus meiner misslichen Lage, indem er mich auf das Zimmer und zu Bett schickte, mit der Begründung, ich müsse morgen frisch und munter sein. Ich muss gestehen, das war trotzdem nicht der Fall. Ich war das Weintrinken nicht gewohnt und wachte am nächsten Tag mit einem schweren, dröhnenden Kopf auf. Als ich mich umsah, bemerkte ich, dass das andere Bett bereits wieder gemacht war. Offenbar hatte Holmes so viel Rücksicht bewiesen, mich ausschlafen zu lassen und war allein zum Frühstück gegangen. Um nicht als allzu unzuverlässig zu erscheinen, zwang ich mich zum Aufstehen, wusch mich und kleidete mich an. Der Eindruck, als ich bald darauf unten in der Gaststube erschien, war vermutlich dennoch kein besonders frischer. Doch Holmes, der wieder am selben Tisch saß, ließ sich seine offenkundig gute Laune nicht verderben. »Guten Morgen, Watson«, rief er lächelnd, als er mich näher kommen sah. »Nehmen Sie Platz, eine Tasse Kaffee wird Ihnen guttun.« Ich griff mir angesichts der aus meiner Sicht lärmenden Fröhlichkeit meines Freundes an den Kopf, der heute nicht gut auf Geräusche aller Art reagierte. »Sie haben sicher schon sehr gut eingelebt in Tirol,« setzte Holmes fort. »Sie kennen nun den Wein und das Glücksspiel. Und mit der alpinen Fauna können sich ebenfalls bestens identifizieren.« »Sagen Sie es nicht,« bat ich im Jammerton, »es ist nicht lustig.« Zwar hat es den Anschein, daß Holmes sich gnädig zeigen würde, doch in diesem Moment entdeckte mich der Wirt, der kurz durch die Küchentür blickte und rief, »Da ist ja unser Murmeltier. Guten Morgen, Dr. Watson.« »Wenn das ein guter Morgen ist,« murmelte ich, während Herr Engelbert wieder verschwand. Unterdessen nahm Holmes seine Geldbörse und zählte Banknoten ab, die er schließlich über den Tisch zu mir schob. »Was ist das?«, fragte ich verständeslos. »Das ist der Betrag, den Sie gestern verloren haben,« antwortete Holmes. Ich hob ab während die Hände und entgegnete entschieden, »Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß dieses Ansinnen zu schätzen, doch Sie können doch nicht meinen Verlust aus Ihrer Tasche begleichen.« Holmes schob die Scheine noch weiter in meine Richtung, bis sie direkt unter meiner Nase lagen. »Das mache ich auch nicht,« sagte er. »Nachdem Sie gestern schlafen gegangen waren, habe ich das Spiel mit Herrn Engelbert fortgesetzt und alles wieder zurückgewonnen. Das hat zwar bis zum Morgengrauen gedauert, doch das war es wert. Also nur zu, nehmen Sie das Geld. Ihre Gattin wäre nicht erfreut, wenn Sie verschuldet zu ihr zurückkehren würden.« Nun wurde mir klar, dass Holmes heute nicht früher, als ich aufgestanden war, sondern überhaupt nicht geschlafen hatte. Die ganze Nacht war er damit beschäftigt gewesen, meine betrunkene Leichtfertigkeit auszubügeln. Während ich noch nach den passenden Worten suchte, um mich bei meinem selbstlosen und anscheinend im Watten bewanderten Freund zu bedanken, stand plötzlich der Wirt an unserem Tisch und entdeckte die Banknoten vor mir. »Siehe da, Dr. Watson«, meinte er mit einem amüsierten Gesicht, »wie ich sehe, sind Sie ja wieder bei Kasse. Lust auf ein kleines Kartenspiel?« Ich schüttelte sofort den Kopf. »Danke, heute lieber nicht«, erwiderte ich. »Aber wenn Sie vielleicht einen starken Kaffee für mich hätten«, Herr Engelbert lachte, klopfte mir aufmunternd auf die Schultern und entfernte sich, um nach einer halben Minute nicht mit einer Tasse Kaffee, sondern mit einem kleinen Glas voll durchsichtiger Flüssigkeit zurückzukommen. »Wenn man am Vorabend zu viel Wein getrunken hat, dann hilft dies wesentlich besser«, behauptete er. »Trinken Sie in einem Zug!« Nachdem ich ohne dies nichts zu verlieren hatte, hob ich kurz, Gott ergeben, die Arme, nahm das Glas und schüttete den Inhalt in einen Rachen. Sogleich stellte sich innerlich ein brennendes Gefühl ein. Dann mußte ich heftig husten. »Um Himmels Willen«, stammelte ich, »was ist denn das?« »Eine Spezialität des Hauses«, erklärte Holmes, »selbstgebrannter Zirbenschnaps.« »Zirbenschnaps«, wiederholte ich ungläubig und wandte mich an den Wirt, »Sie machen Schnaps aus Nadelbäumen?« Aus den Zapfen der Zirbelkiefer präzisierte Herr Engelbert stolz. »Es gibt nichts Besseres, und da Sie beide in einer Stunde Ihre Reise fortsetzen werden, sollten wir zur Stärkung und zur Sicherheit noch eine Runde trinken.« Mit diesen Worten stellte er zwei weitere Gläser auf den Tisch und füllte diese sowie meines abermals mit der Schnapsflasche, die er ebenfalls herbeigeholt hatte. Holmes und der Wirt erhoben ihre Gläser, letzterer sagte, »Zum Wohl, meine Herren, auf eine gute Reise und ein erfolgreiches Abenteuer. Prost!« Die beiden tranken ihre Gläser in einem Zug leer, während ich murmelte, »Ich wünschte, wir wären endlich in Italien.« Dann überwand ich mich und leerte ebenfalls mein Glas. Man will ja nicht unhöflich sein.« Geht der Jaure des Hoh��werks складaten, oder ist das eine... Vielen Dank.